Willkommen zurück bei die Sims 4. In der letzten Folge haben wir ja gesehen, wie sich Emilia und Daniel über eine Reise unterhalten haben. Außerdem haben wir gesehen, wie Emilia als Sonntagsmalerin diese Bilder hier gezeichnet hat, diese drei. Einmal Turpikoland, dann einmal der Wald vor dem Berg und einmal Lüggel, der kleine Hase. Und jetzt hier noch so ein unbekanntes Bild mit irgendwelchen Kugeln oder so, kann ich noch nicht ganz erkennen. Naja, na gut, weiter geht's. Ah ja, ich hab eine Idee. Och, wir sollten mal Bongo spielen. Das ist so lecker, da ist mir das ganz doll eingefallen. Ich räume das mal weg, Bruder Herz. Ich räume das mal weg. So, ich muss räume das mal weg. Ich packe das mal im Kühlschrank. Schwester Herz. Ach, ich bin so ein toller Entertainer. Ich bringe die Bühne zum Rocken. Ich werde ganz reich werden. Und dann können wir ganz viele Cupcakes essen. Können wir ganz viele Cupcakes essen. So lecker, ich liebe Cupcakes. Ja, du wirst noch ein erfolgreicher Geschäftsmann, wenn es so weitergeht. Da hast du recht. Ich gehe duschen, bis später. Bis später. So, ein paar bisschen Sportsendungen gucken. Ja, ja, ich gucke ein bisschen Sportsendungen. Ich gucke ein bisschen Sportsendungen. Die Stimme könnte gut passen. Ach, ja. Ach, dann wieder ein Einbruch geschehen. Das ist nicht gut. Nein, gar nicht gut. So, wenn du fertig bist, repariert hast, Martinien. Damit ihm die die auf Zollette kann. Ach, wer hat jetzt schon wieder die nicht abgedrückt? Er hat bloß, wer hat uns bloß dieses Haus vermietet. Ja, das ist nicht so. Ah, gut. Ich bin nicht. Hier noch ein bisschen drehen, dann da. Hier was machen. Dort noch was machen. Ja, ja, das wird schon. Wird schon, wird schon. Gut, wird schon hier noch ein bisschen drehen, dann da noch ein bisschen, hier noch. Dieses Schräubchen gefällt mir nicht, das ist schon verrostet. Hier drehen. So, die Pumpe machen. So, ist wieder heile. Ich muss mich jetzt mal wieder schön machen. So, hier ist Dreck. Da. So, sehe ich gut aus. Ach, Mensch, 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 diese Kleidung ist richtig nass geworden. Aber mein Haar sitzt, ne, ja, mein Haar sitzt. So, ich sehe immer auch gut aus. Da hat die Fusse weg, jedoch die Werke, hier. Ich sehe gut aus. Entschuldigung. So, so, was gibt's denn hier so alles lustig? Unfug. Gemein. Freundlich. Emilia. Ich gebe dir, Emilia. Nur, ich gebe dir bei ganz guten Rat. Das steht nicht in den Büchern drin. Nee, steht das nicht? Nee, nee, glaube er, das. Ich kenne das. Ich bin nämlich ziemlich cool drauf, deshalb. Weiß ich das. Ach, also richtig kleiden? Richtig kleiden? Tolle Kleidung anziehen aus der Kommode. Genau. So wie du. Warum hast du noch keine Freundin? Ich hatte schon eine Freundin. Und wenn man das Geld hat, kann man sich jede holen. Nur das Geld allein zählt. Ja. Hm. So, so siehst du also die heile Welt. Aber das kann auch schief gehen und dann kann zu Tod traurig werden. Sehr, sehr traurig. Hm. Richtig gekleidet zu sein, macht eigentlich schon sehr viel aus. Hm. Kommode an, tolle Kleidung anziehen und dann wird schon. Hm. Hm. Dann nachschmeißt du die Müll? Ach, das sind die ganzen Kleidungen in den Müll. O life. Nee, nee, das ist ganz anders. Oho, nee, nee. Ich mach mal, nee. Nee, 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 nee. aber bringen auch die Müll raus in Ordnung wenn du rausgehst Na gut wenn man nicht wegrutscht geht das ja schon die Wurde du kochst das Essen und die Wurde ist sicherlich um das Geld kämmen Neuberg Halkapenar der Partei Scherpann Anweschen bei mir die Erkennung die Später ich muss bis sie trainiert okay wir sind Lio Lio das ist die Karte gut bei der Dein Sonntagsbild weiter da Prozent Punkt Freude machen und Liegestütze Prozent es ist sie bleiben muss man ein Sportgerät zu dem wenn ich wieder Geld verdient habe so ich gehe mal am Computer Bruder Herz du musst mir doch nicht immer alles sagen was du machst muss immer wieder ein bisschen fit werden so ich schaff das ich schaff das muss wieder fit hat sein so jetzt bin ich wieder fast wieder fällt ach ja ich werde älter wachen der die Welt zerstören na 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 einmal noch und dann habe ich es geschafft ach nee reicht schon so der Kleidung angezogen so ich probe ein bisschen ich brauchte neue Sache für meinen nix für eine Show Brinke ich sehe gut aus Prozent Warnwürttemberg um so gut Prozent die Nachricht steht von heute die Leiter ausgefallen Das ist aber ein tolles Bild, das behalte ich gleich. Das ist die Kanne, das ist die Wunderkanne. Die Wunderkanne. Gut, die beiden sind erstmal ein bisschen beschäftigt. Emilia wird ihre Zeichenkunst auf die Probe stellen. Erprobt für die Show. Na gut, na gut. Das ist interessant, was die beiden haben. Ich werde ganz viele Wätze schreiben und der Beste werden. Haha, das ist genau das, hat einer zu mir gesagt. Oh, was ist aus ihr geworden? Er ist in den See gefallen. Ja, ja, in den See ist er gefallen. Mhm. Mal sehen, mal sehen, was uns der Tag so bringt, hat er zu mir gesagt und ist dann vom Boden auf den Boden gefallen. Ja, ja. 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 Gauchzu. Ja. Ja, ja, ja. Kindl-Wärchen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Karriere weiß ich auch, hab ich selber rausgefunden, Hygiene, na gut, na gut, das tut gut. Dann spiel du Gitarre. Na ja. Na ja. Na ja. Mach du mein großes Pop-Pop-Gemälde. So, das ist geschafft, na gut, da kann ich nicht weiter meinen, nein, meine Rede widmen. Na ja, da fällt mir ja gerade nichts ein, also muss ich ein bisschen an Witze schreiben, ne? So, so, gut, gut. So, 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 so etwas fertig, jetzt noch den Fisch in die Pfanne rein, ja, ja, so muss es sein. So, 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 so. so wird das nicht ich muss mich mehr anstrengen auch lecker lecker Takos ich bin zwar nicht so der Fisch-Fan aber schmeckt trotzdem irgendwie Takos mag ich sehr gerne ja macht mich glücklich so die beiden sind beschäftigt mit über Träume sprechen wenn die Ökoma ja das ist k k lungen n und gehen ach ich habe auch war lecker lecker da musst du auf zuletzt glaube ich ab gut ich hab's geschafft das bild wird so toll werden es hat wird interaktionen okay gut gut interessant diese welt ja bekam aller fältigkeit 4 so der spiel jetzt ein bisschen auf der gitarre so ist das hier noch ein paar striche da noch ein paar striche hier noch ein Punkt da noch ein Punkt und das ist fertig da abstraktes gewählte mal ein abstraktes gemälde damit es gut wird da 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 Ah, ha! Ah, ha! Ha, 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 ha! Oh! Das war's für heute. die beiden wird beschäftigt wie es weitergeht wie ob der ob denn hier noch paar Freunde finden wird wie das Bild fertig aussehen wird das alles werden in den folgenden Folgen bekannt werden bis dahin viel Spaß bis zum nächsten Mal Tschüss